Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Trading-Tipp am heutigen Mittwoch. Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen weiter. Wir haben gehört, über 5.000 innerhalb der letzten 24 Stunden. Höchster Stand seit April. Gott sei Dank, und das sollte auch die meisten beruhigen, steigen die Zahlen in den Krankenhäusern, also der Corona-Infizierten, nicht so stark an. Es sind im Moment 960 heute Morgen gehört, die in Krankenhäusern liegen und über 9.000 Intensivbetten sind noch leer. Also da muss man Gott sei Dank sagen, ist die Lage nicht schlimm. Trotzdem, das Sentiment schlägt wieder etwas um. Die Aktien, die auf Telearbeit fokussiert sind, wie eben Teamviewer, die stehen wieder im Fokus. Auch Zoom gestern wieder in Amerika angesprungen, 4 Prozent, über 500 Dollar. Und in deren Zoo geht es auch mit Teamviewer im Moment weiter nach oben. Wir sehen es, wir haben hier im Bereich von 40 Euro einen Boden ausgebildet, haben jetzt hier diesen Widerstand von Mitte September überwunden. Jetzt geht es in Richtung 45 Euro. Heute Morgen, das ist der Kurs von gestern, auch schon wieder über 1 Prozent plus. Und wenn wir, sagen wir mal, diese Hürde im Bereich 47 Euro nehmen, dann kann man schon in Richtung Allzeithoch schauen, dass es bei 53 Euro liegt. Und das wären vom aktuellen Niveau aus 20 Prozent. Muss ja nicht ganz so dramatisch positiv ausfallen, aber ich denke mal, die 50 Euro Marke ist machbar und deswegen haben wir auch ein Factor-Long-Zertifikat dabei auf Teamviewer. Unseres Partner ist Morgan Stanley, MC3 ZNX. 23,65 kostet der Schein, hat einen Faktor von 3. 30 Euro kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das ganze Thema nochmal richtig Fahrt aufnimmt, also auch an der Börse. Und dann kann ich mir vorstellen oder wir, dass die Aktie da und der Schein deutlich zulegen. Stoppkurs immer relativ eng setzen, 21,50. Wenn das Ganze nicht gleich jetzt losläuft, dann geht man aus solchen Kursen, aus solchen Aktien oder Scheinen wieder raus. Wir haben gelernt, Factor-Zertifikate, mit denen bildet man intakte Trends ab und keine Seitwärtsbewegungen. Deswegen so das Trading-Setup. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg mit den Tipps und bis morgen. Auf Wiedersehen.